I really need to drink. Ist der nicht noch irgendwo ein Brunnen in der Nähe oder so? Ah, nee. Schade. Mir nicht. Ach, der ist jetzt orange. Äh, durstig. Halb so weit. Warum bist du schneller als ich? Tja, weiß nicht. Pack mir meine Waffe weg. Hm. Was ist das hier jetzt für ein Kart? Das ist immer noch bei Rensilu. Ach so, cool. Da kommt gleich links auch der erste Show schon. Das heißt gleich, da oben auf der Kuppe. Ah, jetzt, aha, aha, okay. Ich dachte, wir wären in dem Café, wo wir oben sind, also oben auf der Kuppe drauf. Also ganz oben, wenn man die Straße noch weiter hochläuft. Da dachte ich. Ja, da müssen wir auch hin. Das ist, auf der Karte heißt es Berenzino. Und deswegen war auch, ähm, auf dem Straßenschild vorhin diese drei Kilometer, drei Meilen oder so was. Ups. Warst du hier schon drin? Ja, ne? Ja. Da lag irgendwie da drin. Ich glaube schon dreimal oder so. Keine neue Lieferung bekommen. Nee. Blum Sweater. Bist du in dem Lager oder draußen? Ich bin, ähm, mal in das große Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite gegangen. Ja, ja. Aber hier gibt's nichts. Alles leer. Oh, Mann, ey. Es steht grad wieder. Also bei mir hast du grad einen Moonwalk gemacht, ohne dich zu bewegen. Du hast, ja, du standest einfach nur in der Gegend rum und bist über den Boden geschlittert. Kann ich gut. Und warst du oben in dem Shop schon? Ja, dreimal. Genau. Wann frag ich überhaupt? Weiß ich nicht. Bist du da ein Schlagstock? Ja. Warum? Ach, nur so. Nee, ich mach grad Stoffellauf. Wo ist meine Sichel hin? Meine Sichel ist weg. Das Lustige ist, du kannst drei große Waffen tragen. Ich hab nämlich eben ne Shotgun, eine Axt und ne Shotgun in den Händen. Wenn du dann aber die Waffe wechselst, packt er die Shotgun auf die andere Shotgun und die eine ist dann weg. Okay. Das ist unpraktisch. So. Wer rennt sich? Da gibt's einen Brunnen. Ja. Draußen vor der Tür. Da geh ich auch gleich hin. Vor dem Shop müsste der sein, ja. Oder? Nee. Nee. Da muss die Straße noch ein bisschen weiter runterlaufen. Dann kommt irgendwann auf der linken Seite ein Pub. Und hinter dem Pub geht's, oh, links rein. Eine Eishacke. Das ersetze ich doch gerne. So, hier müsste der irgendwo sein. Eine Trinkflasche. Da ist der Brunnen. Dafür schmeiß ich doch gerne mein Lämpchen weg. Ach, ich hab eine Trinkflasche. Die kannst du hier am Brunnen auch gleich füllen. Ich komm sofort vorbei. So, wo war das nochmal? Du musst, ähm, Shop ist auf der linken Seite. Also, du kommst in den Hügel hoch, Shop auf der linken Seite, die Straße weiterlaufen. Dann kommst du bei einem Pub vorbei. Ja. Und dann kommt irgendwann ein Haus, wo es so einen Durchgang gibt, nach hinten auf den Hof. Ah. Da musst du durch. Oder du läufst einfach so lange auf der Hauptstraße, bis ich sag, okay, stopp. Weil ich guck grad durch diesen Durchgang. Guck ich durch. Da, stopp. Stück zurück und links ins Gebäude rein. Weil das nicht da, wo ich gekotzt hab? Kann sein. Wo ich halb im Boden versunken bin. Das war witzig. Kann ich die auskippen? Empty vessel. Use the pump. Wie, inspect. Ja, vermutlich ist sie jetzt schon leer. Nee, steht noch 31%. Ich muss mit der... Ich kann Dings zuschlagen. Muss dich schlagen. Ach, jetzt ist sie 0%. Auf einmal. Ich kann die nicht auswählen. Was denn auswählen? Ach, der hat sie jetzt gefüllt. Ist sie jetzt voll? Ja, bei mir ist sie voll. Möglich. Dann sitzt man wieder in die Hand. Meine Fresse. Kann der die Eishacke nicht auf den Rücken tun? Weiß ich nicht. Meine hat sie verloren. Trink, du Sau. Ach, ja. Passt es jetzt bald mal. Bist du dran verreckst. Jetzt wirst du auf einmal hydrated, ey. Meine Fresse. Jetzt kann ich meine Eishacke nicht aufnehmen, weil die noch am Trinken ist. So. Ist doch halt noch eine Alpha. Immer noch. Dann müssen wir... Ich verliere gerade meine Kopfhörer. See all people. Was? Wo bist du denn jetzt? Ich bin noch an dem Pond. Das ist ein Well. Nein. Immer noch. Das ist ein Pond. Immer noch. Der rechts rum... Ach, da bist du. Ist hier vielleicht in den kleinen Lädchen was drin? Der ist doch gerne mal Futter drin. Ich würde gerne mit dem Panzer hier fahren. Der ist aber aus Metall oder so. Normale Panzer sind nicht aus Metall. Obwohl, der sieht eigentlich recht echt aus. Sowas würden nur was machen. Einfach mal eine echte Panzer unten drauf stellen. Oder... Tschernogorska. Willst du eine Pfanne haben? Nein. Oh, was liegt denn da? Na, wohl interessant. So, jetzt haben wir einen relativ langen Fußweg vor uns. Echt jetzt? Mhm. Ja, du wolltest ins Landesinnereien. Ja! Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen stapfen. Ist da jetzt irgendwie ein längerer Weg mit nix oder was? Mhm. Ich möchte da oben in das große Kräne Haus. Na, da geh. Na, da geh. Guck mal, da rechts daneben ist direkt noch so eins. Ja, ich geh zuerst lieber in das hier. Ha! Na, gute Wahl. Haben wir's gefunden. Einen Rucksack. Bist du ein Streber, ne? Also, Grape Canvas Pants ist auf jeden Fall. Better. So, jetzt gehen wir mal in das andere grüne Haus. Ich eate mal den letzten Rest von dem Zeug. Mach nur. Ich hab noch ne... ...Dose über. Was liegt da hinten? Ein Moppetel. Ich hab das ein... ...Cornflakes oder so. Ne, es ist ein Buch. Moppetel. Moppetel. Cornflakes. Ja, es sah halt so nach ner Cornflakespackung aus. Das sind voll die Scheißhäuser. Hier kann man überhaupt nicht... Das tut die obere Etage voll dumm. Ich bin hungry, ey. Du hast grad Baked Beans gegessen. Pisser. Oh, ich hab Reis gebroah. Eine Banane hätte ich auch. Bananje. Was guckst du denn so? Du guckst so. Ich hab Milchpulver gefunden. Eat all. Sie sind sofort in sich reingestopft. Ein Metallrohr. Ein Röhrsche. Und ein Hämmerchen. Hämmerchen. Röhrsche und Hämmerchen. Äpfel voll. So, wo treibst du dich jetzt? In dem einen Haus da, aber ich glaub, da warst du schon drinnen. In dem einen Haus da. Grün kann ich jetzt auch nicht sagen, weil sie sind halt vier grüne Häuser. So, hallo. Hallo. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, ist auch unten lang da. Du bist abgewichen vom Pfad. Ja, weil ich da oben in die Häuser rein wollte. War ja auch gut. Haben ja was zu essen gefunden. Und ein Rucksack. Ja, du. Ach, ich bin so ein Blinken. Ja, wie soll ich denn da unten auf den Link draufklicken? Herr Red Rock. Mach doch mal. Rechts liegt die Käppi. Cornflakes. Nix drin, außer Zahnbeleid. Ach nee, das war anders. Nix drauf. Nix drauf, außer Zahnbeleid. Da sind alles ebenização. Vielen Dank.